auch der welt wieder oh wir haben wieder einen komiker einen spaßvogel jawohl spaßvogel nummer eins es ist ja nicht nur so dass wir spaßvogel haben das sollte der augstauchpage mit den vier minuten persönliche auto zu holen weil der mich hier abgeschossen hat der dsr irgendwas hat nicht einmal die courage dass er sich jetzt stellt der versteckt sich da hinten irgendwo in den autowerkstatt und greift mir nur irgendwie sinnlos an und das habe ich gemeint mit spaßvogel da kommt man von einem event sag ich einmal großzügig gesagt und man wird noch gleich einmal abgeballert und das sollte auch in einer gewissen form und weise rockstar patschen dass man das persönliche auto nicht manches mal fünf minuten warten muss bei solche aktionen wie jetzt weil werde mein persönliches auto jetzt bestellt gehabt hätte also in deluxe hätte ich ihn angreifen können ja jemand der schlaumeier hat wahrscheinlich eh nur unter 100 da gesehen meinen rang weil unter 100 gibt es ja noch punkte weil er mich oben augst und jetzt hat die feige kanotten nicht einmal die courage sich zu stellen da versteckt sich da jetzt die nur dahinten und der greift mir nur sinnlos da an jetzt ich schieße nur einmal auf die lampe daher von hinten jetzt danke und dann zieht da und dann verlassen es großartig die lobe leute ja es ist gta ja aber es soll auch ein bisschen spaß machen es soll ein bisschen sinn haben ja ich meine ich bin ein friedwähliger mensch der niemanden angreift ja gta hin oder daher oder bla bla aber wie gesagt wenn ihr das bei red red redemption 2 macht dann viel spaß also wie gesagt ab dem zeitpunkt wo ich ihn dann habe ich habe ich habe ich habe geschossen hat ergreift er dann großartig die flucht wo er jetzt hingegangen ist jetzt und das sollte uns wirklich patschen das mit die vier minuten oder was äh ich meine leute reißt sich ein bisserl zusammen ja gut passt wieder mal der spaßvogel des tages das billige opfer das nein ich hasse das wenn du nämlich in eine sie zukunft und gleich abgeschossen wirst ja äh das meinte ich das sind so billige billige aktionen ja jetzt kommt der weg gleich in die schitzung ja jetzt schieße ich ihn gleich ab ja ja ja